hallo freunde und willkommen zurück bei rockortis kleine farm mit dabei ist heute marcel hallo und kai ist leider krank wer ist das denn oh mein gott was ist geschehen was passiert okay das war das schlechteste intro jemals nein das war super hey chris ist dabei also marcel was ist denn so passiert also wir haben letztes mal damit angefangen dass wir dieses wunderschöne haus aus erde gebaut haben das war super dass erstmal die tür steht das dann erweitert haben dann haben wir draußen schon mit diesem schönen feld angefangen und der aaron war unten in einer mine und hat eine schlucht gefunden ich habe so eine schlucht gefunden ich brauche mal verstärkungen ja eine hallo hallo ja natürlich okay gib mir mal den weißen stein den du da hast dann mache ich da aus dem boden das heißt wenn er wollte können runterkommen sonst hast du gehört du gib mir den weißen stein den du da in der hand hast was für den weißen ach so den das ist diorit dann den diorit bitte sehr gerne weil dann brauche ich daraus den böden boden so wer will mit runter kommen und das abenteuer seines lebens haben so wir gehen alle runter ja das will ich äh ich hab zwar absolut gar keine ausstattung aber wir hätten das ganze fleisch ich auch nicht sagen jetzt noch gehabt toll super super gut ja dass es gibt kasten okay ich lass mal ja aber nicht nicht töten die müssen wir erst mal nehm ich das noch mit okay kommt ihr mit runter ja auf geht's chill aber chill 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 wie geht's runter ich sterbe gleich eh aber egal ja spaß marcel kommst du bitte ich kreife mir gerade noch eine schwitzhacke ja okay das vielleicht sollte ich mir auch noch ein schwert kreifen weil sonst bin ich sowieso so vertot alles lustig und alles lustig ihr kommt gleich irgendwo lava wie weit habt ihr euch das schon nach unten gebuddelt ja ganz schön weit das war das war aber und jetzt kommt das beste überhaupt was auch folgt mir kai und ich haben um die dinge folgt mir folgt mir folgt mir pass auf jetzt guck mal nach links gleich ich bin auf dem weg ich lass dich vor wieso nach links werde ich gleich runter boxen ja du bist ja aber guckst dir an wie nice oder vielleicht mal erstmal den hier weil es ist sehr gefährlich so erst gleich für ein heilen portal bauen wo seid ihr warum greifst du den enderman an weil wir enderperlen brauchen ja das ist eine gute idee hat ja gar keine chance ich habe eine enderperle sehr gut marcel ich wusste du schaffst das hier ist ein kleiner zombie ein chris ja okay das wäre mir zu erwarten hier ist ein zombie hier marcel irgendwie ist hier nichts krasses doch 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 da oben ist eine coole höhle der plan den haben wir in der ersten folie eigentlich gesagt aber wir haben den jetzt komplett über den hoffen geworfen anscheinend weil aron unbedingt hier rein wollte was für ein plan ja mit der farm ja das kommt doch noch ist doch hier spaß und abenteuer oder nicht nein natürlich hurra ernst so ich habe erst mal ein bisschen äh ne ja mach erst mal ein bisschen ja chris bist wieder am start ja ich komme gerade runter ja sehr gut ich habe deine items aufgesammelt du musst mir dann einfach noch bescheid sagen achso ich habe jetzt schon alles neu gemacht echt ja hier ist mega viel eisen aber richtig viel ja ich habe auch schon was und da ist lapis ja im wasserfall hoch hier unten ist auch noch mega viel schöne lapis ja ich habe nichts außer meine lederrüstung ja zumindest hast du eine lederrüstung ja die war auch ganz schön warum auch immer man sich eine lederrüstung macht ja als start halt ist einfach op ja richtig oh da kommt ein creeper da kommt ein creeper nein der ist direkt auf mir gelandet oh okay ich habe es überlebt das war knapp wieso bist du eigentlich wieso bist du und ich wieder unten ich bin unten der snackt sich jetzt die diamanten ab der ist locker irgendwo auf nein Leute ja hier geht es nicht weiter aber ich habe eisen gefunden ganz viel eisen ich suche auch mal ein bisschen eisen wow und noch mehr eisen ja chris erzähl mal warum warst du bei der ersten folge nicht dabei ehrlich mal was war da los weil ich im bett gelegen habe und um chips gefressen habe deswegen okay das ist ein eigenes glück das ist ja das okay das akzeptieren wir ist ja alles voll ey oh scheiße was für eine schwierigkeit ist das hier äh ich meine normal 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 das ist ja ein bisschen zu hart irgendwie ja dann ist es anscheinend schwer ich hätte gerne peaceful oh ein skelett ja da ist noch mehr oben noch eins und ein creeper und äh zombies und ja ne was noch so alles gibt alter da ist Marcel tot das war gar nicht mehr rot ich hatte ganz viel eisen ja das hat der creeper jetzt ach schade das liegt da noch direkt vor dem ausgang Christoph wo bist du jetzt eigentlich endlich mal oder bist du wieder im Bett aha die also ein Mikro mitgenommen Leute die nächste Runde geht auf mich zack fünf Stück fünf Stück und das schwirbt er und roter Stein oh nein das verkackte Skelett hier direkt beim Eingang kämpft so sterbe in der Hölle als ob dann direkt das nächste kommt ja hat sich gelohnt hier unten lebe noch machen wir das hier noch ein bisschen ab der fällt mir auf kann doch mal kurz ein bisschen die Minecraft Musik anschmeißen kommt ja gar nichts ach ja darum bin ich hier weggelaufen weil da noch ein Skelett ist brauchen wir eigentlich ein bisschen Larpis ja wir brauchen Larpis zum Verzaubern das ist für was gut mittlerweile das war früher mal kompletter Bullshit jetzt brauchst du es zum Verzaubern ich töte gerade den nächsten Enderman ich hab 51 Stück ich hab jetzt gar nichts gefunden ich hab jetzt gar nichts gefunden und wir haben keine zweite Enderplatte gefrügt toll gut gemacht Marcel oh hier sind zwei Skelette das ist aber echt unfair halt stopp halt stopp so nicht was mach ich jetzt oh die reifen sich gegenseitig an Battle of the Skelett Runde 1 okay ist tot und jetzt komm ich und staube ab ha oh hier ist Gold mach mir ne Rolex aha ich weiß wo der Christoph ist die sneakige Bitch Chris hm gehst du etwa an meine Oreos ran was ich hasse Oreo ach so gut dann hast du nichts gehört oh hier ist wieder ein Diamant Leute was geht denn ab ach nice und hier ist Lava Tatsache was tust du hier ich such Diamanten ohne Eisenspitzsacke ich hab jetzt 8 Stück ich hab 10 Eisen und eine Enderpelle eine Enderpelle ist mindestens so viel wert wie was also Christoph ich muss ja mal sagen du hast dich irgendwo hier an mega vielen Zombies vorbeigraben echt ich hab die Minecraft-Zone mega leise ich hör nichts das könnte fast ein Spawner sein so viel wie hier los Spawner? das wär immer das geilste überhaupt wenn man so ein Spawner findet ja komm mal zu uns hier so ganz hinten in der Schlucht und dann ist da so ein kleines Rippenreininggang ja sag mal Koordinaten bitte ja sag mal Koordinaten bis in der Höhle geh einfach zurück in die Schlucht und dann ja ich bin ein bisschen weiter gelaufen ich will jetzt nicht die Koordinaten raus ja ok dann geh ich einfach so zurück ja gut oh Skelett kennt ihr noch Little Britain eigentlich? so von früher? ja natürlich mega gut oder? heute in der Stadt oh guck mal Eisen hab ich so gedacht das ist auch hier Andy und Lou da war so ein Typ im Rollstuhl und der hat halt irgendwas erzählt der, der, der den im Rollstuhl geschoben hat immer so ja ja weiß auch nicht irgendwie dann war das cool aber Christoph du hörst das hier auch ne? ja das ist mega laut ja ich komm gleich mal vorbei also wenn, wenn hier kein Spawner ist, ne? ich hab schon ewig keinen mehr gefunden ok wenn da kein Spawner ist, was ist dann? dann ich weiß auch nicht von welcher Richtung das kommt ist das hier viel zu laut ja das muss ein Spawner sein krass ok ich bin unterwegs aber erst nehm ich noch ein bisschen Gold mit warte ich mal vor und ich find die ganze Zeit nebenbei äh Diamanten? ne Eisen achso na toll naja das ist viel besser für die ganzen Werkzeuge und so Diamanten nein da ist Lava oh was reingegangen da ist ja ja die Falle oder was ich komm mal zu also ich bin jetzt ein bisschen weiter höher gegangen und hier ist echt laut ich hab grad noch mega viel Eisen gefunden wie komm ich überhaupt zurück ja ich hab auch noch Eisen gefunden ich glaub ich hab das fast den Spawner mhm hört sich nicht mehr gerade weit weg an so ich lass Eis jetzt auch bei mir aber auch ja wenn sich bei dir nicht mehr so weit weg anhört dann müssen wir uns einfach so nach der Fuß buddeln dann muss das hier irgendwo sein so ich find das echt nicht mehr bin verloren ich hab nen Spawner hier ist er hier ist er hier ist er ist echt ein Spawner ja wo bist du hier ach da ach hier geht's noch weiter oh alter ich sag es doch wartet auf mich hab's doch gesagt alter ich hab es doch gesagt wartet auf mich wohin muss das doch auf der Kamera haben ja warte 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 komm wir gehen wo bin ich sind wir da oben ne ich geh jetzt hier einfach weiter und da ja nach nach hinten in die Schlucht rein und da unten runter hier nein 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 hier in den Gang hier 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 was ach da hier ach zeichn wir ja alter direkt unter unter dem Haus alter tatsache ey wo hast du dich denn hier lang gegraben ich weiß nicht ich hab mich hier ganz oft rumgegraben hier ich bin da da muss ich doch mal gucken das habe ich ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen wo denn oh shit aber ist nicht den Boden abbauen sonst haben wir echt ein Problem jetzt erst mal ein Licht so ganz entspannt aus Geräusch ich hab ja so ein Soundpack drin das hört sich richtig eklig an soll ich mal kurz gucken ich hätte jetzt einfach in der Mitte mich hochgebaut und da nicht so gut nicht so gut rückzug oh Leute helft mir helft mir wir sind so hier Wasser mach doch dein Plan hin nein ich hab doch die Diamanten bist du verrückt bist du verrückt bist du verrückt ich hab doch die Dias wie die können unter Wasser schwimmen was baust du uns denn auch zu ohne Witz ich tue dir jetzt krass ich hab die Dias irgendwie kommt ein Zombie hin aber Aaron warum hast du das Wasser dahin geplant ich dachte dann schwimmen die halt zur anderen Seite wieder weg du hättest einfach einen Block dahin platzieren und dann werden die nicht durchgekommen hatte ich gerade nicht in der Hand ich dachte dann werden die so weggespült und dann sind wir okay Alter wieder richtiger Chaos also wir töten Chris jetzt irgendwie schon nein nein da ist ne Hexe ja das ist nicht so gut das kommt jetzt wieder hoch oder ja nochmal die wirft dich ab ich bin vergiftet nein lol alter was denn so du ich bin von irgendwas vergiftet hallo hey hör doch auf hör doch auf der hat meine Sachen ja und ich kann es auch geben macht der nicht Christoph ich brauch Essen ich auch ich kenn ihn du hast du hast was zu essen ich hab nichts zu essen ich hab nichts zu essen du Richard du hast mein Essen aufgehoben dummer das ist ne Hexe ja die kommt näher jetzt geht meine Sachen wieder ehrlich jetzt was denn was ist denn von dir alles ich bekomme alles von dir ja schlag mich nicht okay ja Dias ihr könnt es nach oben gleich in der Kiste austauschen das wird jetzt hier gemacht wie echte Männer wir müssen jetzt erstmal den Spawner looten so da sind zu wenige da fehlen noch welche und ich hab noch mehr Eisen gehabt ich hab noch mehr Eisen gehabt ich hatte aber auch noch Eisen und ich hatte ganz viel Spitzack und sowas ich hab mindestens 45 Eisen nein ich hab kein 45 Eisen Inventar dann muss das da oben noch liegen ist dein Inventar voll gewesen mein Inventar war voll ja ich hab nicht alles aufgesammelt ja gut weil ich hatte nämlich hier sind hier sind noch zwei hier sind ey Leute ich brauch mal Hilfe ja das ist die Hexe ich glaub ich jetzt nicht mehr raus nein ich hab ich hab zwei zwei Zombies und ich hab nur meine Faust da guckt sie alter ich hab nur noch zwei Leben ja ich hab auch drei okay vielleicht wir bieten ihr ein Diamant an ach sie geht weg geht hoch ha what the fuck richtig gruselig ey ist so äh könnt ihr vielleicht weggehen hey äh was haben wir jetzt langsam Schnecke achso alter hier kommen die ganze Zeit immer mehr ja ich das ist das wir müssen wir müssen diesen wir müssen diesen Spawner entschärfen alter ich krieg jetzt einfach die Hexe oh what the fuck da kommt noch mehr die Hexe hat sich selber vergiftet die könnte jetzt eigentlich ganz easy töten ey ich bekomme noch ein Eisenschwert ne ich hab kein Eisenschwert Marcel ja da muss das nein da muss das da oben noch liegen ich bin doch auch gestorben achso jetzt kommt der nächste hier an ey Leute die Hexe kommt angerannt ja aber nicht zu mir ne doch ich hab ne Kartoffel Jungs ey endlich können wir Kartoffelsalat machen als ob Leute ihr müsst mir mal helfen los jetzt helft mir doch ich hab grad ein anderes Problem wir sind Zombie im Wasser alter das ist wie schlecht ist der Minecraft wirft nein bist du auch vergiftet nein ich hab noch ein Leben ich hab noch ein halbes ey das Wasser das lohnt sich richtig okay jetzt kommen wir wieder rein Zombies wir müssen da auf jeden Fall nochmal rein da liegt bestimmt da liegt noch bestimmt unser ganzes Eisen von gerade was mach ich denn oh scheiße ja alter ich hab noch ein halbes Leben ich komm wieder runter die Hexe ist immer noch hier oh hier ist wieder ein kleiner Zombie der verfolgt mich doch geht's weg geht's weg ich bin unternehmen vorbeigelaufen sag mal geh doch jetzt weg man die Hexe lacht die ganze Zeit das macht mir Angst ich hab gehört dass die kleinen Zombies mega selten sein sollen stimmt das echt ja da sind auch die Diamanten ich seh die Diamanten ja ich mein gestorben wir kommen von allen Seiten Zombies müsst ihr aufpassen die kommen von vorne von hinten von unten von überall wo ist denn die Hexe die ist hier hinten in meinem Gang die da stehen kein Spaß oh jetzt sind hier zwei Spinnen wir sandwichen die jetzt und go warum ist die Spinne so grün das schlecht Leute die hat nen Trank der Heilung fallen gelassen was ist denn hier los Kinder ok also Achse als Waffel läuft echt gut ok Leute könnt ihr bitte mal irgendwie wieder hochkommen gibt's so ein mittelschweres Problem gerade nur mittelschwer ne ja also Christoph was wir jetzt auf jeden Fall erstmal machen müssen wir uns hochgehen und diesen scheiß äh Borna ausgleich dann kommt jetzt hierher komm wir brauchen mal schnell hier den Block ab wir müssen da durch wir müssen da hoch hast du noch fackeln ja geh dann auf ne ne hier den Block abbauen sowohl ach was zu essen ich verteidige und vergiftet schneller schneller die sind gerade gespawnt ok der Spawner ist ausgeleuchtet ok komm wieder runter ich hab keine ich hab keine Waffen mehr oh die ist immer noch hier und der Zombie auch und da sind noch ne hier ist wieder was Leute ist es es macht einfach keinen Spaß es macht einfach keinen Spaß ich bin trotzdem noch neuerst der Zombies ja weil da unten welche waren da wo auch Aaron gestorben ist brauchen wir was hoch dass wir die Kisten looten können ich mach hier alles mit der Hand Leute wirklich alles versteht er ich kann mal nicht dahin das ist einfach unmöglich oh wir haben jetzt auch schon Melonsamen alter es geht echt schneller als gedacht ok wir müssen wir müssen jetzt noch wir müssen jetzt noch die äh oh ich steht hier aus der Spinne ja komm wieder runter wir müssen wir müssen noch die Sachen von Aaron holen ja das wär echt nett ich will nicht wüsste wo die sind ja unten hier warte komm mit muss auch mal oh ein halbes Herz ah ein halbes Herz hier unten sind die aber da unten sind auch auch Creeper äh Creeper sag ich schon Zombies so nächste Runde da sind zwei Spinnen gespawnt direkt vor mir oh ich hab kein Bock mehr aber wir müssen da halt rein weil wegen den Diamanten ne jetzt kannst du rein da hinten sind erst wieder welche los schnell und dann komm hier habt ihr die Hexe eigentlich getötet? ja die ist tot ja hier ist noch eine da ist ne neue Hexe gespawnt hast du noch ne Spitzhack und und äh ein Schwert oder so weil dann hole ich noch die restlichen Alte-Ziderlagen auch wenn es nur Steine waren halbes Herz hast du noch ein Schwert? ich? ja wenn du mir noch einen Stein gibst kann ich mir selber eins verwirken hinter dir oh shit so will noch wer was jetzt haben so und vergiftet hab ich dich alles aufgesammelt? auf jeden Fall könnt ihr bitte einmal rauskommen? wir kommen sofort hier raus jetzt ich hör noch kurz die restlichen Sachen die da liegen jetzt sofort wo geht's denn hier raus? weil da lag noch unsere Enderperle ja hier lang wieder gesehen oh das kann doch nicht wahr sein so komm da hin dankeschön oh das ist ne Hexe oh Gott die kommt jetzt hoch die kommt jetzt hoch ja Christoph komm entgegen komm entgegen die hat sich selber vergiftet wo bist du denn? ja ich geh unseren Gang gerade hoch wo ist denn unser Gang? oh du wie die Tat alter hab ich keinen Plan wo der ist okay tschüss Leute wie tschüss Leute hä? Aaron? vier bis sechs Wochen später die ganzen Dias und so ja ich regenerier gerade so war vergiftet Aaron ey wo warst du jetzt Aaron? weg ich bin gestorben die Dias liegen in der Schlucht da riecht ich mir nervig ey toll so ich brauch ein paar Sachen dann kann ich auch mit helfen hier wie lageten die Folge schon? äh 27 Minuten und 14 hier nimm noch die Schere mit warte sehr nett von euch oh ich hab noch ein halbes Herz alter ich bin oben okay wo genau könnte das liegen? was denn? ähm Diamanten die Diamanten hab ich du musst nur die Schere mitnehmen und dann kommt da oben und dann ist gut achso ja die Schere hab ich dann haben wir alles gesaved sicher? ja ich weiß nicht wie viel Eisen hast du also Eisenblöcke Eisenohr ah 64 ich hab nochmal 24 ja das hat sich richtig gelohnt dann können wir ja richtig mit der Farm durchstarten jetzt auf jeden Fall so wir kommen jetzt wieder raus wir haben noch einen goldenen Apfel wir haben noch einen Trank der Heilung zu weit gelaufen den Trank der Heilung hat die Hexe gedroppt ja oh wie nett ja cool ich würd sagen das war's dann auch mit der Folge nein ja wie lange ist die denn? halbe Stunde haben wir jetzt schon komm der Creeper muss ich bin noch nie so oft gestorben glaube ich schade ja es ist ein paar Minuten haben wir noch wir gehen erstmal hoch und dann schauen wir weiter wir haben auch ein Namensschild jetzt falls wir einen einen Villager finden ich dachte ein Pferd also einen den Villager Zombie dass wir dem äh einen Namen geben können solange wie der noch nicht äh lebt ok warum warum wird das warum wird das Skelett von dem Hund verfolgt? weiss ich nicht falls wir einen Villager Zombie finden könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben wie der heißen soll ja das ist mega gut ja das ist ok das ist mega gut ok hallo da hinten tötet gerade ein Hund ein Skelett for no reason das ist ja echt wie Fernsehen ooooh ok und wir gehen schlafen jetzt steht er da rum hat ihn in den Bann gezogen aber ein Companion jetzt ich muss mal kurz gucken ist der wie böse? hat der wie Tollwut oder so? warum haust du mich? hey das ist mein Hund ich nenn ihn Rufus jetzt darfst du keine Leute mehr hauen ne? weil wenn du jetzt Leute haust dann greift dein Hund die an gleich er mag mich so töt ihn töt ihn ok sitz stopp sitz stehn beim sitz sitz setz dich hin so gutes Hündchen gutes Hündchen jetzt schiebe ich den hier ein bisschen rein und jetzt hauen wir ihn so das ist jetzt Rufus hey kuck mal wie er da sitzt der geht in seine Ecke der bekommt ein paar Knochen und ganz viel nein wer filmt dir noch nicht zu du musst ihm er freut sich ok los los wir gehen jetzt wir gehen jetzt wir gehen jetzt Penn so Blümchen für ihn und dann siehst du das lange Ding was ich in der Hand habe? läuft da was? wenn du dich draufsetzt ja vielleicht der macht Stress der ich mach keinen Stress was ist da Aron jetzt kommt Penn ja Moment wüsste ich was hat wenn ein Creeper kommt zur Tür man die wachsen nicht was ist das denn so jetzt schläft keiner mehr von euch oh Aron ich schlag jetzt an der Tür so oh Gott Alter Christoph ich kick dich gleich oh Aron ich will schlafen hey stopp ja ich lass ihn wieder hinsetzen hey stopp bist du scheiße der hätte uns die ganze Zeit getötet wenn du uns geschlagen hättest Erfahrung gute Nacht oh das ist ein Monster in der Nähe ja du ich schlafe jetzt draußen ich baue mir eine Höhle oh Leute weit weit weg das ist so dumm es ist zu spät schon ja ich musste zu spät ja wenn Aron sich endlich mal hinlegen würde bin ich doch schon ach Christoph jetzt leg dich hin es ist zwar eh grad die Sonne aufgegangen aber was geht denn auf dem Feld ab lol alter oh mein Gott warum steht er nicht hier so rein Kollege ich will nix von dir das war nur Spaß jetzt verstört das ganze Feld er hat einen Erdeblock geklaut jetzt kommt er da lang ich glaube das ist ein Hacker wollten wir nicht halbe Stunde Platz machen ach ja da war ja was hier ist ein Enderman ja ich glaube der ist ein bisschen böse auf mich da ist er noch böse nee das kann ich nicht böse kann ich ja rausgehen ich brauche ein bisschen Loch ja okay dann war es das für diese Folge wieder sehr sehr lustige Folge sehr sehr lustig du hast ein paar Pfeile im Kopf aber naja okay dann vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wenn es wieder heißt hör mal wer da hämmert falsches Format nächster Versuch ja dann sagt ich weiß nicht wie die ach so Rukortis kleine Rukortis Farm kleine Farm Rukortis kleine Farm Bam haut rein ja wuhu ja 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 ja